Anna Heiser hat mit starken Stimmungsschwankungen zu kämpfen und ist schon lange nicht mehr glücklich. Um der Sache auf den Grund zu gehen, hat sie sich nun Hilfe von einer Ärztin gesucht. Anna Heiser, 34, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Fans nicht nur die schönen Momente des Lebens zu zeigen. Wenn es ein Thema gibt, das sie belastet, scheut sie nicht davor zurück, darüber zu sprechen. Aktuell hat die Ex-Bauer-Suchtfrauteilnehmerin ein großes Problem mit Stimmungsschwankungen, bei denen ihr nur noch ein Profi helfen kann. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie ihre Gedanken und Gefühle mit ihren Followern. Für Anna ist die Welt nur noch grau. Seit 1,5 Monaten leide ich unter starken Stimmungsschwankungen. Ich habe das Gefühl, dass es mit den Hormonen zusammenhängen könnte, denn ich merke, dass mit mir etwas nicht stimmt, es dafür aber keinen konkreten Grund gibt. Es gibt Tage, an denen ich normal bin, aber leider selten glücklich, und Tage, an denen ich die ganze Zeit von meinen Gefühlen überrollt werde und viel weine, erklärt Anna ihren Fans. Natürlich funktioniere ich, aber ich möchte mich nicht mehr so fühlen, wie es gerade ist. Ich möchte wieder glücklich sein. Deshalb hat Anna nun die Hilfe einer Ärztin in Anspruch genommen, die sich viel Zeit für sie genommen hat. Sie ist eine Allgemeinmedizinerin, die sich aber in der Psychiatrie weitergebildet hat, so die 34-Jährige. In einigen Tagen soll ein Bluttest gemacht werden, um herauszufinden, ob etwas nicht stimmt. Ich bin gespannt, schreibt Anna weiter. Und ich hoffe für euch und mich selbst, dass die Welt bald wieder bunt und nicht nur grau und schwer ist. Die Welt